Was tust du nun mal für Sachen? Das weiß ich glaube ich selber nicht. Quicksilber. Oh klar, mach nur, mach nur. Möge Aureels Segen euch auf dem steilen Weg zum Allerheiligsten und der vollkommenen Erleuchtung beschützen. Beschützen. Aureel beschützt mich nicht. Er lockt mich in eine Falle mit riesigen Frostbespinnen. Ich überlege gerade, wie ich zum letzten Frostriesen komme. Ich sehe da eigentlich nicht wirklich so ein weiter Weg. Auf meiner Karte, die ich nebenbei offen habe. Yay! Wasserkrug gefüllt! Möge Aureels Glanz Herz mit Wonne erfüllen. Herz mit Wonne. Wonne, Wonne. Falls man überhaupt ein Herz hat. Pff, kann man mal machen. Kann man mal machen. Pfeil mal, Pfeine. Serana, hast du hier deinen Blitzzauber ausgerüstet? Das höre ich bis hier hin. Besonders, wenn ich an dir vorbeilaufe. Wie die hier die Dinge gebaut haben. Dass blinden überhaupt sowas bauen können. Polarlicht. Und Masse streckt mir die Zunge raus. Was eigentlich Sekundas. Weg! Weg! Die Brücke! Und Vogelnest. Da unten ist auch eins. Wie komme ich da nochmal dran? Wöbelwünsprint? Ein Tempel. Ja, warte es mich schon immer. Was macht alle Anstrengungen vergessen? Tricky will es jetzt wirklich dein Leben riskieren für das Vogelnest. Schreie. Wirbelwünsprint. Wöbelwünsprint. Ich habe ein anderer Ei. Könnte ich eigentlich vergessen. Vergessen, vergessen, vergessen. Ich würde so manches hier gerne auch vergessen. Hey, wir sind endlich am Tempel. Also am Tempel. Hallo, Leute. Der Bogen. Dieser verdammte Bogen. Wasser ausgießen. Öffne dich. Tu in den Tempel. Guck mal, voll der antike Mechanismus, Serana. Finde ich nur, dass sich das Wasser jetzt blutrot verfärbt oder halt grün. Warum grün? Grün ist eine grässliche Farbe, seit die mir so sehr auf die Nerven geht. Allerheiligstes. Ich frage mich immer noch, wie ich an den letzten Frostriesen rankommen soll. Oha. Was ist denn hier passiert? Alle vereist? Ich glaube, das Spiel wäre sicher frostresistent. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Magika. Ich frage mich, wie lange sie schon in diesem Zustand ausharren. Keine Ahnung. Und ich hielt schon die Seelenkruft für gruselig. Ja. Schreien von Auriel aktivieren. Lass mal hier weiter umgucken. Altar aktivieren. So viele Sachen, die wir hier aktivieren können. Oh, alle eingefroren. Alle eingefroren. Das müsste, glaube ich, der Weiterweg sein. Einfach an allem vorbeirennen und ignorieren. Ja, ja. Feuert und nachbeschwör. Dafür habe ich meinen Zauber. Hast du irgendwas dabei, Skelett? Kleingeld. Kleingeld. Ach, wie süß. Hält den Speer fest. Ein Zauberstab eigentlich. Ein Speer sieht anders aus. Befest da. In wem nächsten Elder Scrolls gibt es nicht wieder Speere? Wir vermissen die doch alle. Auch wenn ich nicht unbedingt der Zwei-Waffen-Hand-Typ bin. Oder war das der richtige Weg? Ne, hier ist ein Frostgigant. Ist das der letzte? Woher seid ihr gekommen? Hier! Das... Karte? Hätten wir geschafft. Bubi, ein Stück. Ja, ne? Lasst mich hier raus! So siehst du aus, Bubi. So siehst du aus. Noch mehr Elfenpfeile. So viel mit Elfenpfeilen. Hinzugeschmissen. Ach, ernsthaft. Geht das Ding da nicht zu? Ach nee, da könnte man das wieder mit aufmachen. Ich sehe, was du da gemacht hast, Bethesda. Stell dir mal vor, der Krug zerbricht jetzt. Wir werden für ewig auf immer hier drin gefangen. Es sei denn, wir schaffen es da oben rauszuklettern. Aber da wir nicht Batman's Greifhaken haben... Echt nur für dieses Zeug? Ich könnte ja Zirana darin einsperren. So gemein bin ich nicht. So gemein ist Chica nicht. Nein, nein. Sogar ihr Skelett darf raus. Es wurde von der Wand zerquetscht. Von der Türe, die heruntergefahren ist. Auriels Segen hinzugefügt. Was machst du eigentlich? Auriels Segen. Zielkunst verstärken. Mal sehen. Zielkunst verstärken. Auriels Bogen. Hm. Nee. Nee. Für das finale Battle. Oder was? Starke Heilung. Ich frag mich nur, wo ein gewisser Ausrüstungsgegenstand rumliegt gerade. Oder nee, nee. Dafür brauche ich da die Glanzstücke. Was wollte ich mich gerade erinnern? Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nichts. Das wäre ein bisschen traurig. So traurig. Ja. So traurig, dass Chica wieder anfängt zu weinen. Jetzt kann ich hier weinschicken. Dein Herz hat nur so laut geklopft, dass es in deinen Ohren wiedergeheilt hat. Auriels Kapelle. Hier wirklich alles? Nee, da eigentlich nicht. Ich hab da nichts weiteres gesehen. Ah, ne? Hier stelle ich den Krug hin. Oder war es wirklich das, wo man... Ich muss jetzt nochmal zur Sicherheitszauber nachgucken. Na ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Oder so ähnlich. Nee, aber sonst steht hier ja nichts. Okay, das heißt, wir müssen wirklich da mit Glanzstücklein... Alles klar, kommen wir in die Kapelle. Die Kapelle oder rennen direkt hiergegen. Wusch, denn Chica möchte durch Wände laufen. Immer schön mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Und dann aus Versehen in der Wand stecken bleiben. Aber das ist ja hier nicht Arkham Origins. Es sei denn, man heißt Giesel und benutzt Kommandozahlenbefehl, um sich in Eisberge rein zu versetzen. Wenn wir jetzt da runterspringen. Serana schwebt in der Luft. Serana cheatet! Ja, das tut sie. Du kannst nicht in diese Richtung gehen. Aber spiel! Bethesda will mir meinen Willen entziehen! Das ist ja hier nicht. Bis zum nächsten Mal.